Am Mittwoch bei Once Upon a Time. Eine gute Hexe verwischt ihre Spuren, aber eine bessere entdeckt sie doch. Egal wie schlau, mutig oder mächtig du bist, leg dich niemals mit einer Hexe an. Sie hat gewusst, dass wir kommen. Was will sie? Will! Ups. Once Upon a Time mit zwei Folgen am Mittwoch um 20.15 Uhr bei Super RTL. Untertitelung des ZDF für funk, 2017